Hallo, mein Name ist Christine Braun, ich bin 19 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Gifffern. Ja, ich habe in dem Film ein Schatten über mir mitgespielt und dort die Rolle als Lea verkörpert und für diese Rolle wurde ich auch nominiert. Vielen Dank dafür, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ja, zur Rolle lässt sich sagen, dass es sehr interessant war, das komplette Gegenteil zu sein. Also ich bin eigentlich ein relativ glücklicher Mensch und lache auch sehr viel, aber in der Rolle muss ich ja die ganze Zeit ernst bleiben, traurig sein, so ein bisschen nachdenklich. Ja, es war halt eine sehr interessante Erfahrung, das auch mal spielen zu dürfen. Und auch einen lieben Dank an Victor Güther, der überhaupt die ganze Idee zum Film hatte und ohne ihn wäre ich auch gar nicht zum Schauspiel gekommen. Also er hat mich einmal gefragt, ob ich Lust hätte, das mal zu machen und da fand ich das eigentlich ganz cool und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch ein Dankeschön an das gesamte Team, also an Dorothea Schrader, Kevin Latzke, Justus Remisch und Christian Liebner. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Und ja, einfach Dankeschön. Tschüss!